Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Road to Commander Infinite Warfare Call of Duty. Es gibt heute eine Runde Team Deathmatch auf der Map Frontier. Ich spiele mit den Söldnern und werde heute mit der schweren Waffe spielen. Ich habe als... Ah, die Runde läuft mal wieder. Ach man, kommt schon Leute. Gib mal eine neue Runde. Schwere Waffe. Wir liegen sogar hinten. Mann, da join ich echt nicht gerne rein in sowas. Jo. Und ich versuche den auch noch zu verfolgen. Danke. Ob wir hier noch was reißen können. Ich habe zwar noch Aufgabe, Kills zu machen mit einem Sturmgewehr, aber... Ich habe gerade keine Lust. Ich will gerade das hier spielen. Ah, da hätte ich die anderen beiden machen müssen. Alter, wie der überlebt. Nein. So, jetzt mal Augen auf hier. Steht da hinten rum, ey. Kommt von da. Wusstest du, dass wir von da kommen? Noch einer? Nö. Reicht jetzt auch, ne? Ich muss mich eh heilen. Er wollte sich hinlegen. Dropshot-Versuch. Mal gehen. Feindbewegung registriert. Trianguliere Position. Sehr schön. Hier lang. Nein, der hat den Equalizer. Akimbo. Ah, noch einer von hinten wieder. Ich bin von den Punkten ganz gut rangekommen eigentlich. Kommt, noch einer. Ach komm, ich hatte mal eine Rüstung an. Die Hitmarke hätten eigentlich reichen müssen, die ich da reingedrückt habe gerade. Oh Leute, lässt euch aber auch wegschießen hier. Und ich auch noch. Na gut, der hat das aber gut gemacht. Der ist gesprungen. Schade, aber wenn man in so ein Spiel reinjoint, das dann wieder aufzuholen, das ist natürlich dann immer schwierig. Na gut, Doppelkill. Immerhin. Doppelkill. Ah, der rennt mir auch noch nach. Ah, guckt euch das an. Ja. Hab ich noch erwischt. Ah, noch einer. Ich glaube, ich bin jetzt aber nicht der Schlechteste hier vom Team, der hier reingejoint ist. Na, Niederlage. Ja, 18, 11. Hab ich aber noch gespielt. 18 ist ja 11. Und da, dass ich später reingekommen bin, war es ja okay. Mission nicht erfolgreich. Zusätzliches Training empfohlen. Toffee erhalten Herrschaft. Ich hab keine Herrschaft gespielt. Das ist Team Deathmatch gewesen. Ganz einfach. Was können wir beim nächsten Mal anders machen? Beim nächsten Mal anders machen? Mir eine Runde geben, die noch nicht von Anfang an läuft. Dass man da noch eine Chance hat, noch zu gewinnen. Nicht, dass man wieder so eine scheiß Aufholjagd hinter sich bringen muss hier. So. Unterbrechung läuft. Wollen wir nochmal eine Runde auf Throwback spielen? Dann bleibe ich nochmal in der Lobby drin. Einfach. Gib's nochmal eine ganze Runde jetzt. Wo die Chancen dann vielleicht wieder ein bisschen neu verteilt werden. Ich bleib bei der Waffe aber. Erreichen Sie einen Abschuss beim Feuern aus der Hüfte. Eben stand da doch eigentlich noch das, äh, Sturmgewehrabschüsse. Wieso ist die denn einfach verschwunden? Ich hab nicht mit Sturmgewehr gespielt. Jetzt ist da einfach, einfach ein anderer Auftrag drin. Ein Abschuss aus der Hüfte. Naja. Hat er meine schwere Waffe als, als Sturmgewehr gezählt, weil ich, weil ich, äh, mit dem Söldner spiele? Und deswegen nicht verlangsamen? Kann ja nicht sein. Merkwürdig. So. Es gibt noch eine Runde Team Deathmatch auf der Map Throwback in der gleichen Lobby. Aber eine Runde, ohne dass wir dann Aufholjagd starten müssen. Hier müssen wir wahrscheinlich auch wieder aufholen, weil das ist das gleiche Gegner-Team, wie man hier sieht. Da ist der eine Typ ja eben ganz gut abgegangen mit über 30 Kills. Es wird also, es wird nicht leicht. Es wird nicht leicht. Team Deathmatch. Alles nur Synapsen, die man hier sieht, ey. Das ist, glaube ich, die meistverbreitete... Ach, guck doch mal, wie, 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 wie wenig wir da schon wieder sind. Zwei Leute weniger schon wieder, da kannst du auch keine anständigen Runden spielen. Sehr schön. Ich laufe auch mit dem mit. Wir haben die Führung verloren. Wir liegen in Führung. Okay, aufgestiegen. Aufgestiegen. Im Haus drin ist noch einer. Da gehe ich jetzt aber nicht hin. Oh, ich habe auf Nachladen gedrückt. Reflex. War Reflex. Kommt er hier um die Ecke? Steht auch im Gebäude drin, ja. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Ach, in dem Moment ist er da lang gelaufen. Ja, kann passieren. Ach, aber es ist noch knapp vom Ergebnis her. Ein Schuss aus der Hüfte sollte ich komplett machen. Habe ich. Okay. 50 Schuss noch, braucht noch nicht nachladen. Das muss man immer ein bisschen im Blick haben, wenn man so einen LMG spielt. Weil das Nachladen ja immer ein bisschen länger dauert. Jetzt ist er oben. Gut, dass er mich nicht gesehen hat. Schneide Drohnen neu ein. Kommen. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Wow, hat eine Pumpgun? Er hat eine Pumpgun. Wir haben die Führung verloren. Die sieht man mittlerweile so selten, finde ich, jetzt hier in dem Spiel. Dass man damit gar nicht rechnet, dass einer mit der Pumpgun um die Ecke kommt. Das war wieder der mit der Pumpgun, der mich erwischt hat. Zum zweiten Mal hintereinander. Na, komm schon. Können wir nicht mehr warten, bis ich da auch noch bin. Da wirklich. Einer ist am Fenster. Na, noch fühlen wir aber. Marvin. Ganz schön viel gefressen gerade. Also ich jetzt hier. Zu viel, zu viel getroffen worden. Die Hälfte ist geschafft. Weiter. Okay. Einen Toten. Okay, da hinten springen sie rum. Oder auch von hier. Erdschott. Ach, noch einer. Und wieder der mit der Pumpgun. Der kippt mich jetzt zum dritten Mal. Man hat einfach immer so seine Erzfeinde, glaube ich, in den Runden. Die einen immer töten können. Ja, Pumpgun-Spieler da oben drin. Ach, noch einer. Von unten. Liegen wir nach vorne. Jo. Noch ja. Warum ist denn jetzt plötzlich nicht eine englische... englische Stimme hier? Oh, nö. Hat auch eine Pumpgun? Nee. Nee, der Ticklor draußen. Der ist ja genauso gefährlich. Feindlicher Warden nähert sich. Ach, komm, nicht nicht den Warden jetzt. Der kann uns jetzt hier schön den Sieg versauen. Nichts tot. Am Fenster ist niemand. Hockt ihr einen neben mir? Ach, der hat einen neben mir. Zu zweit sollten wir da auch nicht hocken. Jetzt ist einer. Ja. Oh, Leute, ey. Lasst euch doch nicht immer von den Warden abknallen. Nehmt hier blinde Überwacher rein. Und dann könnt ihr Warden raushauen, wie sie wollen. Was glaubst du denn, warum ich damit spiele? Weil ich mich nicht... Ich lasse mich nicht gerne von so einem Warden abknallen. Ich finde, das ist so unnütz. Hauptsache, ihr... ...cämtert so, ne? Schade. Hätte eigentlich ein Sieg werden können. Der Warden... ...macht uns da einen Strich durch die Rechnung. Sniper. Ach komm. Alter, springe ich gegen dich. Na, da kommt jeder von der Mitte. Feinbewegung registriert. Trianguliere Position. Heute, heute ist ne... ...ist ein Tag, wo ich echt wieder viel, viel sterbe. Mal läuft's gut, mal nicht. Rache. Oh, der Sniper da oben wieder. Ja, klar verlieren wir. Was denkst du denn? Da sind aber voll die Nuklearspieler und so im Gegnerteam. Wenn das dann unausgeglichen ist von... ...vom Spielniveau her... ...dann verlierst du. Na, ist nicht da. Aua. Da ist wieder einer. Ist halt das gleiche Team wie eben. Die spielen, glaube ich, auch zusammen. Dass er die Lobby dann... ...nicht noch ein bisschen umgebaut hat, finde ich schade. Na. Solche Duelle... ...muss man dann auch irgendwann mal... ...gewinnen. Ah, das war hier... ...das Auto-Aiming hat voll rübergezogen. Okay. Noch zwei Niederlagen heute. Na, guck mal. 18. Hier bin ich wieder... ...hier oben, ey. Hatte ich auch in der Runde davor auch 18. Ja, und gucken wir, ein Gegner-Team hat da... ...41-13. Das ist auch der gleiche, der, glaube ich... ...auch die Runde davor so dominiert hat. Eine Niederlage. Das darf nicht noch einmal passieren. Ja, ist er auch. Das sehe ich jetzt an dem Bild mit dem Auge. Der war eben in der Runde davor auch erster. Muss halt zweimal gegen solche Leute spielen... ...und dann gewinnst du halt auch zweimal nicht. Aber wenn ich positiv spiele, bin ich immer zufrieden. Guck mal her. Komplett hat das gleiche gespielt. Aber ich habe mehr Punkte, weil ich... Ah, ich habe noch einen Assist mehr, deswegen. Na gut, das waren aber zwei Runden jetzt mal wieder. Oder was heißt denn? Nicht ganz zwei Runden. Die erste Runde war ja... ...war ja nicht ganz am Laufen. Ey. Aber ich habe den Schuss aus der Hüfte auch noch abgeschlossen, ne? Was habe ich denn neu? Ach, da unten. Abschussserie. Das Geschütz... Da habe ich auch Bock. Der Baum in der Mauer gefällt mir nicht so. Das Gas kostet 8,50. Der 900. Kann man machen, ne? Da habe ich mir lieber mal das Geschütz rein. Drohne, Konterdrohne. Schockgeschütz. Einfach mal ausprobieren. Ob ich das vielleicht mal erreiche. Bohm in der Mauer hatte ich ja schon öfters. So, was habe ich denn als nächstes? Erreichen Sie fünf Abschlüsse mit der Söldner-Kampfrüstung. Habe ich gerade an. Passt. Passt. Also, Leute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ja, heute nicht ganz so erfolgreich gewesen. Immerhin. Beide Runden habe ich in meinem Team immerhin auf Platz 1 geschafft. Ist auch so ein kleiner Erfolg, ne? So. Oben zu stehen ist immer gut. Aber wenn man verliert, ist es aber scheiße. Also, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.